In der modernen Ethik ist die wichtige moralische Frage meistens, was wir tun sollen. Also, was gute Handlungen sind, beziehungsweise gute Handlungsregeln. Das muss aber nicht so sein und in der Antike war das auch nicht so. Für Aristoteles zum Beispiel war die wichtige moralische Frage eine andere, die in gewisser Weise auch näher an uns selber dran ist, an unserer Identität. Nämlich, was für eine Art von Mensch soll ich denn sein? Anders gefragt, was für einen Charakter soll ich denn haben? Aristoteles über Ethik. Los geht's. Ethiken, die nach dem richtigen Charakter fragen, nennt man Tugendethiken. Und von denen ist Aristoteles neben den Stoikern wohl der einflussreichste Vertreter. Und seine Antwort auf die Frage nach dem richtigen Charakter, quick and dirty, werde ein Mensch, der seine vernünftigen Anlagen so entwickelt, dass er tugendhaft handelt. Denn das ist notwendig, um glücklich zu leben. So sehr zusammengefasst sagt das natürlich erstmal wenig. Was meint er denn mit vernünftige Anlagen? Was meint tugendhaft handeln? Und wieso soll das notwendig sein, um glücklich zu leben? Fangen wir mit dem Tugendbegriff an. Tugendhaft klingt für uns heute ja eher veraltet. Sei tugendhaft, meine Tochter. Und das hat dann meistens was mit sexueller Zurückhaltung zu tun. Das meint Aristoteles aber gar nicht. Für ihn ist Tugendhaftigkeit viel umfassender. Es geht um vorbildliche Charakterbildung. Und mein Charakter ist nicht angeboren. Da gibt es zwar, wie wir heute wissen, genetische Einflüsse, aber die sind nicht besonders stark und auch eher abstrakt. Im Wesentlichen bin ich es, der meinen Charakter bildet, beeinflusst, aber eben nicht determiniert von biografischen Erfahrungen, von Erziehung und Sozialisation. Und das klappt mehr oder weniger gut, meint Aristoteles. Da fragt natürlich sofort der moralische Skeptiker, mehr oder weniger gut bezüglich was? Gibt es da denn einen objektiven Maßstab? Den gibt es doch gar nicht. Doch, den gibt es, meint Aristoteles. Denn er hat ein sogenanntes teleologisches Menschenbild. Teleologisch, nicht theologisch. Das sollte man, Gott bewahre, in der Abiprüfung nicht durcheinander bringen. Teleologisch kommt vom altgriechischen Telos. Zweck oder Ziel wird das normalerweise übersetzt. Und damit ist grob gesagt Folgendes gemeint. Jedes Ding in der Welt hat einen bestimmten, seiner Natur gemäßen Zweck, meint Aristoteles. Und wenn wir verschiedenartige Dinge miteinander vergleichen, dann erkennen wir, wofür sie besonders gut geeignet sind und damit auch, was für einen Zweck sie haben. Messer eignen sich zum Beispiel besonders gut zum Schneiden und Augen zum Sehen. Beides kann man natürlich auch für was anderes verwenden. Etwa als Briefbeschwerer. Also vor allem Messer. Aber, würde Aristoteles sagen, dann sind sie ihrem eigentlichen Zweck halt ein Stück weit entfremdet. Und gemessen an ihrem eigentlichen Zweck kann eine Sache dann mehr oder weniger gut entwickelt sein. Es gibt scharfe Messer und Augen mit ganz schlechter Sehfähigkeit. Und wenn ein Ding seinen Zweck besonders gut erfüllt, dann besitzt es, was Aristoteles Arete nennt. Das kann man mit Bestheit übersetzen. Und menschliche Arete wird üblicherweise mit Tugend übersetzt. Und die Frage ist dann natürlich sofort, ja, bei Messern und bei Augen mag das ja klar sein. Aber was ist denn der Zweck des Menschen? Da gibt es ja viele konkurrierende Ansichten. Bevor man nun vorschnell behauptet, der Zweck des Menschen sei dies oder jenes, sollte man sich vorab am besten überlegen, wie man denn überhaupt feststellen kann, wofür ein Ding im Gegensatz zu anderen Dingen am besten geeignet ist. Und da macht Aristoteles einen, finde ich, sehr interessanten Vorschlag. Wir sollen uns nämlich eigentlich genau wie bei Messern oder Augen fragen, Was haben wir Menschen als Spezies denn für eine besondere Fähigkeit, die uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet? Was können wir am besten? Aristoteles Antwort Unsere besondere Fähigkeit als Menschen ist unsere sprachlich verfasste Vernunft. Wir sind das Zon, Logon, Echon, das sprach- und vernunftbegabte Lebewesen. Und je mehr wir diese besonderen Fähigkeiten entwickeln, desto mehr Tugend besitzen wir, desto besser sind wir als Menschen. Wie plausibel das ist, dazu am Ende mehr. Wenn man das erst mal so stehen lässt, dann ergibt sich sofort wieder eine Frage. Kurz nachdenken, diesmal ohne Hund. Genau, die Frage ist dann, wann ist unsere Vernunft denn am besten ausgebildet? Wenn wir Einstein sind oder Immanuel Kant oder Elon Musk, da hätte Aristoteles bei allen dreien wohl seine Einwände, denn er hätte wohl vermutet, dass die jeweils nur eine unserer sogenannten dianoethischen Tugenden besonders gut ausgebildet haben. Dianoethische Tugenden, das wird oft mit intellektuellen Tugenden oder Verstandestugenden übersetzt. Aber die besonders gut zu entwickeln reicht nicht. Dann ist man vielleicht nämlich nur ein Fachidiot. Denn neben denen gibt es für Aristoteles genauso wichtig die sogenannten ethischen Tugenden. Ethisch vom griechischen Ethos meint hier Gewohnheit. Die ethischen Tugenden sind entsprechend welche, die sich auf das beziehen, was wir gewöhnlich tun, wie wir typischerweise handeln. Und um richtig handeln zu können, müssen wir, meint Aristoteles, unsere Leidenschaften, unsere Affekte vernünftig formen. Modern formuliert würde man da wohl von unserer motivationalen Struktur sprechen. Und um die geht es bei den ethischen Tugenden. Und sie sind für Aristoteles genauso wichtig wie die intellektuellen. Und man braucht eben beide Arten von Tugenden, um einen guten Charakter zu haben. Wann ist das nun aber konkret der Fall? Was die Verstandestugenden anbelangt, da hat Aristoteles zwar viel zu geschrieben, immerhin ist die erste systematische Logik von ihm. Und auch in seinem ethischen Hauptwerk der nikomachischen Ethik äußert er sich zu denen, hier geht es jetzt aber vor allem um die ethischen Tugenden. Ethisch, Tugendhaft ist derjenige, der regelmäßig mit Leichtigkeit und einer gewissen Freude das richtige Handeln wählt. Und das ist oft die vernünftige Mitte zwischen Extremen. Das ist die klassische Antwort auf die Frage, was Aristoteles unter Tugenden versteht. Also näher anschauen. Es geht ums Wählen. Und Wählen meint nicht nur erkennen oder tun, sondern auswählen aus Erkenntnis und das freiwillig. Wenn ich das Richtige nur tue, weil mir jemand eine Pistole an den Kopf hält, dann handele ich nicht tugendhaft. Auch nicht, wenn ich gar keine Wahl habe. Und was das mit Leichtigkeit und einer gewissen Freude anbelangt, solange ich mich innerlich dazu noch irgendwie quälen muss, bin ich noch nicht tugendhaft. Wer also nur widerwillig und voller Unlust einmal im Monat seine einsame Großmutter im Altersheim besucht und dabei dann auch noch ständig aufs Handy schaut, dem fehlt es noch an bestimmten, in dem Fall sozialen Tugenden. Und dann ist das richtige Handeln oft eines in der Mitte zwischen Extremen. Das ist auch ein zentraler Gedankengang bei Aristoteles. Mitte heißt auf Altgriechisch Mesothes. Und darum spricht man auch von Aristoteles Mesothes-Lehre als einem ganz wichtigen Teil seiner Ethik. Was meint dann aber wiederum Mitte zwischen Extremen? Nichts Rechnerisches oder irgendwie eine Form von Durchschnitt. Gemeint ist, wir können in vielen Situationen ein zu viel oder ein zu wenig von etwas haben, was dann zu extremem, falschem Handeln führt. Aristoteles bekanntestes Beispiel in dem Zusammenhang ist Angst angesichts der Gefahr, also zum Beispiel in einer Schlacht. Angst meint hier nicht nur ein Gefühl, sondern auch die damit verbundene Motivation, wegzulaufen oder anzugreifen. Fight or flight. Hat man zu viel Angst, dann rennt man davon, ohne dass das militärisch sinnvoll ist, und dann ist man feige. Das ist ein sogenanntes Laster. Das Gegenteil von Tugend. Hat man aber zu wenig Angst, und auch das gibt es, dann stürzt man sich auf den Feind und wird sinnlos getötet. Dann ist man tollkühn, so nannte man das in Deutschland früher, und das ist ebenfalls ein Laster. Hält man aber Stand, Und wenn und weil man das als sinnvoll erkannt hat, dann hat man die vernünftige Mitte gewählt. Und wenn man das regelmäßig macht, und nicht nur einmal, und es einem in gewisser Weise auch leicht fällt, dann zeigt man die Tugend der Tapferkeit. Wie finde ich nun aber diese richtige Mitte zwischen den Extremen? Grundsätzlich meint Aristoteles, wenn man noch jung ist, ist das schwierig bis unmöglich. Da fehlt es einem nämlich an Gewohnheit und Lebenserfahrung. Aber von dieser typischen pädagogischen Klage über junge Menschen mal abgesehen, die richtige Mitte zu finden, ist Sache der Vernunft. Ich muss vernünftig überlegen, ob es von etwas in einer Situation ein zu viel oder zu wenig geben könnte. Eben zum Beispiel zu viel oder zu wenig Optimismus oder Angst angesichts der Gefahr. Das ist anders als bei den intellektuellen Tugenden. Da gibt es keine Mitte. Entweder ist ein logischer Schluss gültig oder nicht gültig, wie die Logiker da sagen. Ein bisschen logisch gültig gibt es nicht. Und ich muss alle relevanten Umstände berücksichtigen. Dazu gehört natürlich die äußere Situation und auch was andere in dieser Art von Situationen denn so machen. Das gibt mir nämlich mehr Handlungsmöglichkeiten. Und ich muss auch meine individuellen Fähigkeiten und Ressourcen im Blick haben. Der Reiche zum Beispiel muss mehr spenden als der Arme, um großzügig zu sein oder wirklich hilfsbereit. Also angemessen hilfsbereit. Und was meine Fähigkeiten anbelangt, sehe ich in den Bergen jemanden verunglücken, dann kann es leicht sein, dass eine Rettungsaktion, die ich versuche, tollkühn ist, aber tapfer, wenn sie ein ausgebildeter Bergretter macht. Ich brauche also, um tugendhaft zu sein, ein realistisches Selbstbild, siehe Platons Hüllengleichnis. Und noch ein wichtiges Merkmal von Tugendhaftigkeit. Meist oder vielleicht sogar immer müssen verschiedene Tugenden zusammenkommen, damit man richtig wählt und handelt. Nehmen wir zum Beispiel nochmal den Soldaten. Man braucht rationale, also intellektuelle Tugenden, um richtig entscheiden zu können, wann Standhalten militärisch sinnvoll ist und wann man sich besser zurückziehen sollte. Man braucht aber auch Gerechtigkeitssinn, um erkennen zu können, ob der Krieg, in dem man kämpft, überhaupt ein gerechter Krieg ist. Der Tapfere kämpft nämlich nur um der gerechten Sache willen. Wer das Böse anstrebt, der kann per Definitionem nicht tapfer sein. Das ist, wenn man drüber nachdenkt, auch den meisten klar. Wir würden über einen Einbruch bei Tage zum Beispiel wohl nicht sagen, also der Einbruch war natürlich eine schlimme Sache. Aber es war noch immerhin erfreulich, wie mutig der Täter dabei war. Wenn schon Einbrüche, dann so. Im Gegenteil. Der Tapfere, der Mutige weiß, dass er nur um einer gerechten Sache willen der Gefahr trotzen muss. Und er weiß, was eine gerechte Sache ist und was eine ungerechte. Aristoteles hat hier offenbar einen anderen Begriff von Tapferkeit, als manche ihn heute unbedacht propagieren. Zum Abschluss noch ein alltäglicheres Beispiel für dieses Teamwork der Tugenden. Ich sehe, dass eine Mitschülerin oder ein Kollege gemobbt wird. Um mich nun tugendhaft zu verhalten, brauche ich offenbar eine gewisse Form von Tapferkeit. Immerhin kann ich da ja auch zu viel Angst davor haben, selbst gemobbt zu werden, wenn ich was mache. Und dann sehe ich weg. Aber ich brauche auch die Tugenden der Hilfsbereitschaft und Empathie. Sonst will ich vielleicht nämlich gar nicht helfen. Und ich brauche die Verstandestugend der Phronesis, meint Aristoteles. Könnte man vielleicht am besten übersetzen mit praktische Klugheit. Das ist hier die Fähigkeit, situationsangepasst überhaupt zu erkennen, was dem Gemobbten denn tatsächlich hilft und was nicht. Es gibt ja auch Gutmenschen, die es leider nur noch schlimmer machen. Tugend ist bei Aristoteles offenbar wirklich ein ambitioniertes Ideal. Und entsprechend schwer ist auch die Frage zu beantworten, wie tugendhaft ich selbst denn bin oder anderes sind. Da kann man sich leicht selbst was vormachen oder sich auch in anderen täuschen. Aristoteles diskutiert deshalb ausführlich in der nekomachischen Ethik einzelne Tugenden, um sie von Scheintugenden abzugrenzen. Das ist zum Teil wirklich lesenswert. Geht es um die uns ja schon vertraute Tapferkeit, dann gibt es zum Beispiel Menschen, die sich ereifern, wie er das nennt. Denen geht es nur scheinbar nämlich um das Gute. Denn in Wirklichkeit handeln sie nicht einer Entscheidung der Vernunft gemäß, sondern nur im Affekt. Bei politischen Aktivisten beschleicht mich manchmal der Verdacht, dass es sich in diesem Sinne eher um Eiferer handelt als um tapfere Wohltäter. Und wenn ich an mein eigenes politisches Engagement zurückdenke, in meiner Studienzeit, da war das sicherlich bei mir zumindest der Fall. Man kann aber auch, meint Aristoteles, die Optimisten fälschlicherweise für tapfer halten, weil sie sich wegen ihrer Hoffnung auf den Sieg dem Furchtbaren stellen. Da meint er die Gleichen in ihrem Verhalten eigentlich Betrunkenen, weil sie die Situation und ihre eigenen Fähigkeiten nicht richtig einschätzen. Und schließlich scheinen auch manche Unkundige zumindest für eine gewisse Zeit tapfer zu sein. Sobald sie aber merken, dass sie sich getäuscht haben und sie das wahre Ausmaß der Gefahr erkennen, dann ergreifen sie die Flucht. Also aufpassen, wir sind uns selbst nicht immer transparent und andere für uns auch nicht. Daher die Tugend der Besonnenheit zeigen, bevor man sich oder andere vorschnell für tugendhaft oder für lasterhaft hält. Und manchmal hilft es auch, nicht auf die richtige Mitte selbst zu sehen, sondern auf das Laster, um zu erkennen, was tugendhaft ist. Lasterhaft ist, wer regelmäßig mit Leichtigkeit und einer gewissen Freude das Falsche wählt. Und wen das interessiert, extreme Formen der Lasterhaftigkeit diskutiert, würde ich sagen, die moderne Psychologie unter dem Begriff Persönlichkeitsstörungen. Zum Beispiel, wenn es um Narzissmus geht oder um Machiavellismus. Persönlichkeitsstörungen sind Verhaltensweisen, die im Ansatz ja fast jeder hat und die an sich sinnvoll und funktional sind. Sie sind aber im Störungsfall nicht situationsgerecht angewendet oder viel zu häufig oder zu selten. Und das ist gar nicht so weit entfernt von dem, was Aristoteles als Extreme bezeichnet. Wenn man sich also mit Persönlichkeitsstörungen auskennt, dann kann das vielleicht helfen, die vernünftige Mitte zu erkennen. Soweit zur Mesotes-Lehre selbst. Die ist wichtig. Man sollte sie aber nicht überstrapazieren. Es gibt für Aristoteles nämlich auch Situationen, in denen es keine vernünftige Mitte und damit auch keine Extreme gibt. Und zwar nicht nur bei den intellektuellen Tätigkeiten, sondern auch eben beim Handeln. Zum Beispiel bei Mord oder wenn es um Ehebruch geht, da gibt es kein zu viel oder zu wenig. Sowas zu machen ist für ihn immer falsch. Wenn ich nun Aristoteles soweit folgen will, dann stellt sich natürlich die Frage, wie werde ich denn nun aber tugendhaft oder wir wollen ja nicht so optimistisch sein, wie werde ich denn zumindest tugendhafter? Rational tugendhaft wird man, meint er, durch traditionelles Lernen. Also kluge Bücher lesen, wissen die von Aristoteles, sich mit klugen Leuten, die am besten die Freunde oder Freundinnen sind, unterhalten und so weiter. Ethisch tugendhaft werde ich aber nur durch gewohnheitsmäßig richtiges Handeln, durch Training im Gutes tun und insbesondere dadurch, dass sich dann meine Gefühlsreaktionen verändern, vor allem, was mir Lust und Unlust bereitet. Ich habe neulich mal interessehalber die künstliche Intelligenz ChatGPT befragt, was man denn so an Aristoteles-Ethik kritisieren könnte und dann kam da unter anderem er berücksichtige die Gefühle nicht ausreichend. genau das Gegenteil ist aber der Fall. Er meint, unsere Gefühle seien sehr wichtig bezüglich dessen, warum wir was tun und glücklich werden ist ja auch für ihn das höchste Gut. Nur meint er eben, wir wären unseren Gefühlen nicht ausgeliefert, sondern könnten sie vernünftig formen oder sollten das zumindest versuchen, denn oft kann das klappen. Ein Alltagsbeispiel dafür ist vernünftig viel joggen. Vernünftig viel meint, man kann ja zu viel joggen oder auch zu wenig. Also was für seine Gesundheit tun im Allgemeinen. Und wenn ich damit anfange, ist Joggen oft mühsam und ich muss meine Unlust überwinden. Aber wenn ich mich dann regelmäßig überwunden habe, dann fällt das Laufen immer leichter und am Ende fehlt es mir sogar, wenn ich dazu keine Möglichkeit habe. Wer es nicht glaubt, muss sich nur mal die Klagen von regelmäßigen Joggern anhören, wenn die sich irgendwie am Bein verletzt haben. Und so geht es halt auch mit anderen Gefühlen, meint Aristoteles. Etwa mit der Neigung zu Wutausbrüchen oder zu Eifersucht, zu Habgier oder zu Verzweiflung. Da können wir prinzipiell auch durch Übung was dran ändern. Was Aristoteles da sagt, erinnert mich an eine Art kognitive Verhaltenstherapie für den Alltag. Das Kognitive dieser inzwischen ziemlich verbreiteten und auch recht wirksamen Therapierichtung betrifft in aristotelischer Sprache die Formung der Verstandestugenden und der Verhaltensteil der Therapie die Formung der ethischen Tugenden. Falls das eine Therapeutin oder ein Therapeut ansieht, gerne mal kommentieren, ob man das so sagen könnte. Wie auch immer, wenn wir unsere Affekte entsprechend geformt haben, dann werden uns die richtigen gefühlsmäßigen und damit auch motivationalen Reaktionen zur zweiten Natur, wie das Aristoteles formuliert, und dann handeln wir auch entsprechend. Diese Formung ist nicht leicht, das ist klar, und die sollte deshalb auch bereits im Kindesalter beginnen, meint Aristoteles, richtige Erziehung ist für ihn sehr wichtig, und was die schon Erwachsenen anbelangt, da kann, meint Aristoteles, auch der Staat helfen, und zwar interessanter Gedanke, in Form der richtigen Gesetze, denn die hindern uns zumindest tendenziell ja daran, bestimmten lasterhaften Neigungen nachzugehen, und das ist dann auch eine Form des Tugendtrainings, wenn auch keine Freiwillige. Das heißt aber leider auch, wem eine entsprechende Erziehung fehlt oder wer in einem ungerechten Staat lebt, der tut sich entsprechend schwerer, der muss sich immer wieder dazu anhalten, tugendhaft zu sein. Das ist ihm halt nicht zur zweiten Natur geworden. Das rechtfertigt nicht Fehlverhalten macht es aber verständlich und auch das sollte man sehen, bevor man über anderen den Stab bricht. Alles schön und gut, kann man jetzt sagen und sollte man auch, aber warum soll ich denn eigentlich tugendhaft sein. Selbst wenn die Entfaltung meiner Vernunft das Einmalige an meiner Natur als Mensch ist, wir erinnern uns an das teleologische Naturbild von Aristoteles, was geht mich denn diese Natur an? Das ist doch ein naturalistischer Fehlschluss. Dass das natürliche das moralisch Gute ist, höre ich David Hume im Hintergrund mambeln. Da ist die Antwort ich glaube aller antiker Tugendethiker in etwa folgende. Überleg doch mal, warum du eigentlich irgendetwas bewusst tust. vermutlich doch, weil du hoffst, dadurch unmittelbar oder in Zukunft glücklicher zu werden. Dein höchstes Gut im Leben ist also ein möglichst glückliches, gelingendes Leben. Eudaimonia, wie wir das nennen. Und die wichtigste und notwendige Voraussetzung dafür ist, einen tugendhaften Charakter zu entwickeln. Das Argument geht dann ungefähr so weiter. Manche Leute denken ja, dass vor allem äußere Umstände uns glücklich machen. Reichtum, Gesundheit, Schönheit oder das andere nach meiner Pfeife tanzen. Halt die üblichen Glücksgüter oder das, was so als Glücksgüter gilt. Diese Güter machen aber an sich nicht völlig glücklich, denn man muss wissen, wie sie zu nutzen sind. Und dazu braucht man eben Tugend. Wer zum Beispiel als Reicher habgierig ist, der hat nie genug, egal wie reich er ist. Und wer reich, aber auch neidisch ist, der ärgert sich dann über den Reichtum anderer. oder wenn er feige ist, dann lebt er in ständiger Angst, sein Reichtum zu verlieren. Und Schönheit ist bekanntlich vergänglich und es gibt immer andere, die noch schöner sind. Und dann ist man ohne Tugenden schnell die ja nicht wirklich glückliche böse Königin mit dem Spieglein Spieglein an der Wand. Und seine Gesundheit kann man als syphilitischer Saufkopp, um James Joyce Ulysses zu zitieren, halt auch schnell ruinieren. Deshalb nützen diese Glücksgüter langfristig am meisten dem Tugendhaften. Und der ist außerdem dadurch dann relativ autark gegenüber Schicksalsschlägen. Manche antike Tugendethiker gehen sogar noch weiter und behaupten Tugendhaftigkeit und Glück seien identisch. Das meinten wohl vor allem die Historiker. Selbst im Gefängnis oder als Sklave könne man glücklich sein, wenn man nur tugendhaft ist. Dem widerspricht Aristoteles. Glück kann man mehr oder weniger erleben und zumindest zum vollkommenen Glück braucht es neben allen Tugenden auch günstige äußere Umstände. Vor allem Freunde, einen gerechten Staat unter einem Tyrannen oder während einer Pöbelherrschaft wird es auch für den Gerechten schwer, siehe Sokrates und der Schirlingsbecher und es braucht einen gewissen ökonomischen Wohlstand, Gesundheit und ein langes Leben. Wer tugendhaft ist und deshalb jung stirbt, hat leider kein vollkommen gutes Leben geführt, meint Aristoteles. Nur kann man seine äußeren Lebensumstände und Schicksalsschläge eben nur teilweise oder gar nicht kontrollieren. Man kann eine unheilbare Krankheit bekommen, auch wenn man gesund lebt. Man kann sein Vermögen auch unverschuldet verlieren. Seinen Charakter behält man aber. Und deshalb ist der notwendige und sicherste Weg, möglichst glücklich zu werden, eben der Weg der Tugendhaftigkeit. So, zum Ende hin. Was ist denn von Aristoteles Tugendethik nun zu halten? Da fallen uns Modernen natürlich sofort einige Kritikpunkte ein. Etwa was ein teleologisches Weltbild anbelangt. Aus Sicht der modernen Naturwissenschaften und eigentlich auch schon seit Bacon ist das ja falsch. Da läuft alles nach Naturgesetzen ab oder vielleicht nach Zufall, aber objektive Zwecke gibt es da jedenfalls nicht. Von daher wäre so ein Satz wie ich will mich selbst naturgemäß verwirklichen oder entfalten teleologischer Unsinn. Gar nicht so einfach einzuschätzen inwieweit Aristoteles Ethik da wirklich getroffen wird, müsste man sich diesen Begriff des Telos noch mal genauer ansehen. Ein anderer Standardeinwand ist, aber was soll ich denn dann nun konkret tun? Was bedeutet das alles denn zum Beispiel für die Frage, ob die Todesstrafe gerecht ist oder wer welche Rechte hat oder wie eine faire Verteilung des Wohlstands aussieht und eine vollständige Liste von klar definierten und operationalisierten Tugenden legt Aristoteles ja auch nicht vor. Das sind alles berechtigte Einwände, aber die eigentliche Frage bei sowas ist ja immer, haben wir denn eindeutig bessere Alternativen? Um das zu beurteilen, muss man sich dann die nicht unbeträchtliche Mühe machen, sich auch die anderen großen normativen Ethiken anzusehen und sich damit wirklich auseinander zu setzen. Also etwa mit Kant und dessen Weiterentwicklungen und mit den verschiedenen Formen des Utilitarismus. Und dann erst sollte man besonnen sein Urteil über Aristoteles fällen. so ich hoffe das war jetzt ein bisschen hilfreich für eventuelle Prüfungen über Aristoteles und vielleicht sogar allgemein interessant. Falls ja liken, abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen und tugendhaft leben. bis zum nächsten Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten